Hallo! Theo muss dir unbedingt etwas erzählen. Er war heute in einem Vogelpark und hat hundert verschiedene Vögel kennengelernt. An den Hinweisschildern hat er einen interessanten Buchstaben entdeckt. Das V. Heute lernst du das V kennen. V ist in Vogel. Hier, so sieht das V aus. Du sprichst V. Ich nenne dir jetzt noch andere Wörter, die mit dem Buchstaben V beginnen. V ist in Vorsicht. V ist in Vogel. V ist in Verkehr. V ist aber auch in Vase. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.